Grüezi miteinander, wir sind hier in Hergiswil, Hergiswil am See. Man sieht es, prächtige Kulisse. Es wird vermutlich die einzige Kulisse sein, die man jemals so nahe geschwungen hat. Und zwar ist es dieses Jahr am Jubiläumsschwingfest, 75 Jahre von der Schwingensektion Hergiswil, am 3. August. Also kurz nach dem Nationalfeiertig. Lernt euch das nicht gehen lassen, wir sind da quasi schon auf dem Festplatz selber. Hier werden wir drei Schwingplätze haben. Hier werden wir eine grössere und eine kleinere Treibühne positionieren. Und hierher ein riesengroßes Festzelt, wo auch sämtliche Zuschauerinnen und Zuschauer bewirtet werden. Ich muss gar nicht mehr viel mehr sagen, schaut es euch an. Ein absoluter Traum, kommt doch auch vorbei.